hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen photoshop tutorial und heute werde ich euch zeigen wie hier so einen zerschnittenen und verschobenen text erstellen können das geht ganz einfach und ist aktuell ja ich sag mal so ein bisschen im trend man sieht es immer häufiger also hier zum beispiel ist so ein cd cover wo hier auch dieser text zu verschoben und verschnitten ist also dass wir hier so ein ganz einfacher fall bisschen aufwendiger ist hier zum beispiel bei diesen filmplakat da sind schon sehr viele elemente zerschnitten es sind hier verschiedene effekte draufgelegt dass sie ein bisschen größer das element hier ja so eine struktur im hintergrund ist ein bisschen aufwendiger aber ich zeige jetzt quasi so hier dieses beispiel so zwei einfache gerade schnitte durch ebenso hier in diesem stil und legen wir los hätte ich gesagt als allererstes erstellen wir uns hier einfach mal so eine weiße fläche eben unseren hintergrund und darauf schreiben wir hier mit dem textwerkzeug unseren gewünschten text zum beispiel so hier natürlich schriftart schriftschnitt größe und so weiter anpassen eben wie man den text gerne hätte am besten funktioniert es natürlich hier eher mit solchen dickeren lettern und weniger mit so einem ganz dünnen schriftschnitt so wir können das ganze natürlich zum beispiel noch schön mittig ausrichten positionieren und im nächsten step wenn der text hier wirklich komplett angepasst ist müssen wir diesen rastern einmal rechtsklick auf unsere ebene und auf text rastern gehen wenn ich einmal gerastert ist können wir den nicht weiter bearbeiten also ich kann ihn nicht jetzt mehr mit textwerkzeug reingehen und den weiter bearbeiten sondern er ist jetzt festgesetzt anschließend nehme ich mir hier zum beispiel mein zeichenstift werkzeug ich kann aber auch ein anderes werkzeug nehmen um eine schöne auswahl zu erstellen ich gehe quasi so im kopf durch wo möchte ich meinen schnitt haben also hier zum beispiel so einmal quer durch und dann setze ich hier meinen anfangspunkt und meinen endpunkt und verbinde das ganze hier indem ich hier wieder zum ausgangspunkt zurückgehe anschließend rechtsklick auf meinen pfad und auswahl erstellen hier einfach auf ok gehen schon habe ich hier meine auswahl von meinem ersten element und kann nun mit steuerung x bzw bearbeiten ausschneiden das ganze entfernen und dann eine neue ebene erstellen und über bearbeiten einfügen spezial an original position einfügen bzw umschaltsteuerung v genau an dieser stelle wieder einfügen und ich sehe schon mein element hier ist auf der neuen ebene und hier auf meiner ursprungsebene ist das element entfernt ich kann hier mein verschieben werkzeug nutzen und dann einfach mit den pfeiltasten auf der tastatur hier mein element beliebig positionieren ich kann hier den abstand bestimmen den versatz bestimmen und so weiter und das kann ich dann ganz einfach auch mit dem zweiten element machen ich gehe hier wieder auf meine ursprungsebene wähle mein pfad werkzeug aus sagt zum beispiel hier sollte anfangspunkt sein etwa hier so quer rüber gehen und das ganze dann wieder verbinden eine auswahl erstellen dann eine neue ebene erstellen bearbeiten ausschneiden beziehungsweise für das ausschneiden muss natürlich hier die ursprungsebene angewählt sein bearbeiten ausschneiden und dann hier auf der neuen ebene wieder einfügen mit dem pfeiltasten verschieben zum beispiel hier noch so ganz leicht und schon habe ich hier auch mein zweites element und das kann ich hier natürlich dann auch noch mit so einem kleinen dritten element machen dafür lasse ich hier diese ebene angewählt so wobei der winkel kann ein bisschen variieren zum beispiel so hier dann auswahl erstellen ausschneiden und auf einer neuen ebene einfügen und zum beispiel hier in die andere richtung verschieben so zum beispiel und das wäre es dann eigentlich ich kann hier natürlich dann noch einzelne elemente rausnehmen dass zum beispiel hier dieses kleine stück noch weiter verschoben ist ich kann elemente verkleinern vergrößern wie zum beispiel dann auch hier dieses element hier ist stark vergrößert das sieht man auch wenn man hier ist ungefähr gleich breit hier ist stärker breit also so kann ich ein bisschen damit spielen ich kann die kanten ein bisschen verändern wie gesagt so eine textur einlegen das ist dann alles was man hier noch mit machen kann aber das ist natürlich dann immer von motiv zu motiv unterschiedlich was man damit überhaupt erreichen will aber so wäre im prinzip hier die grund herangehensweise für so einen zerteilten text ja ich hoffe ich konnte euch damit etwas beibringen bis dann tschüss